Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir fahren heute mal in die Innenstadt von Hanoi und gucken uns das mal an. Ich werde übrigens mehrere Tage in diesem Video zusammenfassen, da naja es ist hier sehr sehr heiß und die Sonne strahlt auch sehr sehr fett, deswegen ist es ein bisschen schwierig viel an einem Tag zu machen. Und das erste wo wir hinfahren ist diese Kirche hier von den Franzosen während der Kolonialzeit erbaut und das sieht man glaube ich den Baustil auch ziemlich an. Dann geht es zum Juan Guillemsee, ja da gibt es eine schöne Legende zu, aber die erzähle ich euch später. Dann gehen wir zu diesem Tempel hier, da ist eine Riesenschildkröte ausgestellt. Und ja, warum denn genau eine Schildkröte? Dazu gibt es nämlich jetzt die schöne Legende, von der ich euch erzählen wollte. Und zwar soll während der chinesischen Besatzung einem Armfischer von einer goldenen Schildkröte ein magisches Schwert geschenkt worden sein. Ich weiß nicht, ob es deutsch war, aber egal. Und dieses Schwert macht ihn unbesiegbar und damit vertrieb er die Truppen der Ming Dynasty und wurde dann König. Und ja, dann tauchte die Schildkröte erneut auf, forderte er schwer zurück und bekam es auch und deswegen ist die Schildkröte so toll. Hier noch ein paar Fischis und joa. Und fun fact, es ist hier ziemlich normal, dass kommunistische Fragen kommen. Dann haben wir hier noch das Opernhaus, wieder französische Architektur durch die Kolonialzeit. Ich versuche jetzt mal auf die andere Straßenseite zu kommen. Hier in Vietnam läuft man einfach quer über die Straße. Funktioniert schon irgendwie schon. Gestorben bin ich hier keins. Noch nicht. Dann gibt es auf jeden Fall was zum Essen. Bisschen Wantan. Also, ja, chinesisches. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Was ihr auch gesehen haben müsst, ist der Literatur-Tempel. Oder auf vietnamesisch. Van Mio Gugtu Sam. Hier, das ist die erste Universität oder so. Naja, nicht auf der Universität, aber erste Soldatenakademie, könnte man sagen. Die es in Vietnam gab. Und ja, sieht eigentlich sehr, sehr fresh aus. Dafür, dass es wahrscheinlich schon fast 1000 Jahre alt ist. Auf diese Steine wurden übrigens die Namen draufgeschrieben von den Leuten, die bestanden haben. Und was ich auch rausgefunden habe, ist, dass wenn ihr scheiß Noten schreibt oder euch einfach hier nicht benehmen könnt, ihr etwa gekickt werden könnt. Ganz normal. Übrigens, Abschreibschutz eben, ja, zurück zum Thema. Oder ihr könnt auch entköpft werden. Im Asian School würde ich mal sagen. Das hier sieht auch sehr fresh aus. Und was ihr auch machen könnt, sind diese Talismane nicht mal. Zu Prüfzeiten, wenn Prüfungen anstehen, stehen hier die Schüler sehr auf der Stange und sich diese Glücksbringer zu holen. Ja, ich habe mir auch sowas geholt. Mal gucken, ob ich 11. Klasse schaffe. Aber wird schon. Und ja, das war es euch auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, bisschen chaotisch. Und ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.